Meine Damen und Herren, wir haben soeben für euch 16 Bars Schwester Epa aufgenommen. Das wird sehr, sehr lustig. Ihr werdet euch auf jeden Fall totlachen. Viel Spaß damit. Nur exklusiv auf Habibura.tv. Gibt es euch! Schwester Ewa, endlich ist ein Esel da, die über das Leben als Nutte reden kann. Früher hat man mich für Euros gefickt und heute bekomm ich Euros pro Klick. Ah, geh du den Geraden. Du weißt, ich kann das nicht. Ich muss gleich hinterm Fenster blasen. Bien, bien, hombre. Ich mache Auerbach von Zehner, gefolgt von Aschbombe. Ich hab gehört, dass Kachbars nicht rappen sollen, doch wie soll das denn? Ich sehe nur Kachbars am hinterm Fenster. La, queso, mach nicht auf Baba. Ich komme Cello, Abdi und Hata. Kappe und Haftbefehl kommen auch und ficken. P.N. Spot den Lauch. Ah, Head & Shoulders für schuppenfreies Haar. Ah, das ist die größte. Scharmut Haar. Ah, das ist die größte. Scharmut Haar.